So, wir haben hier getradet, das war in der letzten Folge zu sehen, bzw. Harry hat getradet, wir haben jetzt Full Prod 4, ein Manning-Teil, uns wird noch ein Manning-Teil oder einmal Manning-Go tun, ich weiß nicht wo Manning ist, ich glaube im anderen Dorf, wir haben ja noch ein anderes Dorf, ja wo ist Harry, ich frage mich nur wo Harry ist, es geht hier los und Harry ist nicht da, das ist immer so. So, unzuverlässig, einfach nur immer das gleiche. So, hier ist nochmal einmal Manning, wir werden auch nochmal, oder ich werde ins andere Dorf jetzt traveln und werde dort, ich werde dort nochmal versuchen. Guten Tag. Hallo Harry. Ich stelle noch Aufnahme, ich habe gerade Handcam eingerichtet. Also ich werde dort versuchen Effi ranzukriegen, weil wir das im Nether brauchen für das Netherite-Fahr. Also, die Border ist momentan auf 8000, in Nether gibt es keine Border, deswegen können wir sehr sehr weit traveln, müssen nur aufpassen, wo wir dann wieder rausgehen und ich glaube ich laufe hier gerade, ne ich laufe richtig. Ähm, wir müssen nur aufpassen, wo wir wieder rausgehen, weil wir eben dann hinter der Border spawnen und dann sind wir halt fast instant tot so. Ich glaube hinter der Border ist man quasi, ja, wenn du, ich glaube wenn du 500 Blöcke schon hinter der Border bist, dann bist du instant tot, weil du es einfach nicht mehr rausschaffst. Ähm, ja, ich, boah, was ist das für ein Gameplay von mir gerade, das nervt mich, das nervt mich richtig, aber wir sind motiviert, ähm, Harry richtet sein Texture Pack gerade ein. Es ist schon wieder so lost, ne, warum macht man das nicht vorher? Ich habe alles vorher eingerichtet, ich bin extra, also um 18 Uhr geht hier der Server auf, ähm, und um 17.30 Uhr habe ich mir alles schon hier breit gemacht und eingerichtet. Habe alle Kabel zusammengesucht, die ich brauche, damit das hier geil wird. So, wir sind im Dorf und werden jetzt hier erstmal runtergehen. Hier sollte unser Mending Trader sein für 8, das ist sehr, sehr gut, ich habe nur keine Emeralds, das ist so der Nachteil. Dann gehe ich jetzt wieder hier hoch, ähm, ich würde sagen, ich mache jetzt ganz schnell mir die Spitzer fertig, dann hole ich Hobby, dann grabe ich mich runter, äh, bei, im Dorf, im richtigen Dorf. Mhm. Und da werde ich dann das Portal machen und dann mir Blöcke holen für gleich. Okay, aber ich mache mir dann auch noch Spitzer fertig. Ja, ja, wir holen uns auch noch Mending dann. Genau, gut. Ähm, das kriegen wir hin, wenn wir es schnell machen. Ja, also, Ziel ist es, um vielleicht so 40 im Nether zu sein. Ja, gut. Nimm mich mit, nimm mich mit, nimm mich mit! Ich wollte gerade sagen, ich bin auch kein einziges Mal gestorben in der Welt. Ich wollte so richtig stolz gerade sagen, ich bin auch kein Mal gestorben. Das ist schön. Ich bin im Nether. Oh, wir, ach du Scheiße. Was? Da ist ein Portal. Scheiße, boah. Da ist ein Portal, direkt an der Festung sind wir. Aber ich sehe auf meiner Minimap ein Portal, ein anderes. Okay, man kann es Insta malen. Wir gehen in den Nether. Oh, ich habe so Angst, dass wir sterben nicht wirklich jetzt. So, weißt du, wo der ist? Wo das Portal ist? Ja, ne? So, ich würde sagen, wir bauen das hier mit Air dazu. Sehr auffällig. Gut. Pass auf, sneaken. Ja, wir sind eingebaut, scheiße. Hier ist kein, hier ist kein Gegner, aber wir sind eingebaut. Hier war jemand. Okay, shit. Shit. Gut, wir müssen uns konzentrieren. Bauen wir... Harry, soll ich das Portal abbauen? Äh, ja. Warte. Ja, bau du mal mit ab. Ich habe, ich habe, äh, ein Ding. Alter, mein Herz gerade. Holy shit. Herzklopfen, ey. Ja, 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 ja. Also, dass wir direkt einge... Guck mal, ich war eben noch im Nether, ne? Mhm. Die müssen halt in der Nähe sein. Wir sneaken jetzt nur noch. Dann ist ein Gas. Und wir bauen uns jetzt hier in die Richtung, erstmal. Und bauen hinter uns zu. Damit die uns nicht nachverfolgen können. Ja. Und sneaken, sneaken. Du darfst nicht entsneaken. Warte. Du entsneakst immer noch. Ja, ich habe das eingestellt. Ah ja, mache ich auch, warte. Warte, wir machen das eine Dingshilfe weg. Ah ja, stimmt. Soll ich dir sagen, wo das Portal von denen ist? Äh, ja. Ähm, in... ...dieser Richtung hier. In die hier. Okay, gut. Und da ist auch die Festung. Ja, warte, ich nehme Blöcke in die Offense. Ich baue zu. Äh, ich gucke nach Bastion. Ja, warte, ich... Äh, kannst du mir Blöcke geben vielleicht? Oh, scheiße. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Essen. Gegen Essen. Okay, einer baut ab, einer baut ab. Warte, ich muss kurz ausbrennen. Nein, ich... Ich muss nicht mehr essen. Ich habe einen Cauldron dabei, ne? Also, zur Not können wir uns löschen. Ich habe Wasser und einen Cauldron. Ich brauche alle Nether-Blöcke, weil ich hinter uns jetzt zubaue. Ich droppe immer regelmäßig danach hin. Ja, auch das. Ich wollte auch mir Blöcke holen und dann kam Lava. immer kommunizieren und ich halte ein bisschen Sicherheit als Abstand. Achtung. Hier geht's runter. Da hinten ist auch der Gas. Grab your Blöcke. Hier schießt irgendjemand? Harry? Okay, bedeutet, wir müssen sneaken. Hier ist jemand. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Der... Der spotet, glaube ich, uns. Natürlich, mach kurz. Hier ist einer. Hier ist einer. Hier ist einer. Hier ist einer. Sneak. Sneak. Hier. Sneak. Der findet uns. Wir sind tot. Pass auf. Er hat den Gas gekillt. Ruhig. Er spottet uns, glaube ich. Er ist da hingekommen. Heilige Scheiße. Harry. Nix bauen. Nix platzieren. Nix machen. Er geht weiter weg. Ich sehe den Namen, ne? Siehst du auch? Ja. Harry? Harry! Harry! Kommt! Nichts. Nichts. Wollen wir nicht hier rauf gehen, Leute? Nicht bewegen. Nicht bewegen. Alter, mein Herz. Ich höre... Ich spüre... Hey, ich höre... Mein Herz knopf. Ich auch. Er sneaks. Nee, er ist weiter weg. Er ist weiter weg. Ah, ja. Ah, nee. Er ist noch nicht weiter weg. Nee, er kommt wieder. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Heilige Scheiße. Harry, wir gehen gleich... raus, ne? Er sneakt. Er sneakt, er sneakt, er ist hinter dir. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hinter dir, da. Ah, ja, ja. Also, Planänderung, Harry. Wir gehen nicht in den Nether. Nee. Sobald er nicht mehr in der Nähe ist, gehen wir raus. Und laufen. Wir laufen einfach. Wir gehen in den Nether. Schreibt dir kurz was auf WhatsApp. Ja. Man hält 25 Prozent. Egal. Ist... Das war krass. Alter, mein Herz. Wir müssen Speed bauen. Ich dropp dir alles. Obsidian? Nein, du baust. Du baust. Ich hab... Ich hab Dingens. Ich hab... Oh, Digga. Wollen wir uns vielleicht ein bisschen nach unten bauen? Ja. Aber er ist nicht mehr da, oder? Nee. Du hast meine Nachricht gelesen. Ja, hab ich. Deswegen. Gut. Ich... Immer noch nicht. Er kommt wieder. Er kommt wieder. Pass auf. Nicht bewegen auch. Ah, nee. Man macht keinen Sounds, ne? Wenn man sich bewegt. Nein, es liegt, denke ich nicht. Warte mal. Ich geh mal in die Richtung. Er kommt wieder. Er kommt wieder. Aber wenigstens kann man einen schönen Titel reinpacken. Ja. Ins Video. Ich meine, der kommt ein Ding. Nein. Oh, Mann. Aber ich möchte nicht sterben. Oh, mir auch nicht. Er ist, glaube ich, weg. Da ist wieder ein Gas. Er weiß, dass wir hier sind. Solange hier Gas spawnen. Die... Er weiß... Ey, ah, jetzt weiß ich auch, warum der hier... Warum wir... Er weiß, dass wir hier sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Vielleicht war es aber auch er, der uns eingebaut hat. Ja, ja, er war es ja auch. Malte, der hat, äh... Okay, es ist ein zweiter Gas gespawnt. Harry, jetzt wird es richtig kritisch. So, jetzt müssen wir uns bei allen. Warum will ich hier einfach das Portal? Nein. Doch. Wir müssen raus. Wir müssen, ne? Wir müssen das Risiko geben. Und dann laufen. Wir laufen einfach die ganze Zeit durch. Ist er noch da? Nein. Ich sehe ihn nicht. Ja. So, drop mal. Wie hoch muss ein Portal? Drei hoch. Eins, zwei, drei. So. Zünd an. Warte, ich baue noch zu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.